so da oben müssten wir ein glaube ich jetzt was da was wir nehmen lasst mal nehmen 5.000 jill bei zeit muss man mal unsere jill dinge erhöhen dass wir da mehr kohle kriegen na jetzt kommt schon siehst so wahnsinnig geil aus einfach ist so dünne hier oder ist der magiel das nachgucken ist er hinten im raum der ist nicht da wo ist so dünne das ist doch zum kotzen wieder da hinten vielleicht du ja du keine befugnis so dann halt nicht himmelarsch und zirn das ewige rumgesuche ich leg muss wieder alles hinsetzen ah mist kopfhörer komm schon so jetzt ich hoffe man hört mich bin ein bisschen weiter weg vom mikro so was müssen wir denn machen lass uns mal darüber rausgehen irgendwie zum magielabor richtung innere straße würde ich sagen wo ist dieser scheiß professor kopfhörer weiter fahrt so können wir hier richtung magie ding fahren wo geht es hin wo geht es hin wo geht es hin richtung magielabor mein mein gott da ist das magielabor endlich sind wir da hier ist ein droppung beben idea ja will ich dem geht es gut alter geweckt da naja äh den kennen wir ja noch doppel idea zwölf gut dann lass uns da mitfahren einsteigen einsteigen ich glaube ihr speichert und bald aber ich werde müde so fliegt das ding los der ist noch blau ist nicht euer ernst der ist von laguna noch blau ich krieg einen vogel wer möge die limonatik pandora steuern zu welchem zweck die galbadianer haben sie geborgen wir müssten alarm schlagen dies werde nicht nötig sein sie werden diese stadt nur passieren wenn das so ist aber sind sie sicher nur tears point hä ey odynchen ihr seid gekommen das ganze erregt mich aufs höchste was lauers du da her galbadian und die luna bla lange wartete odyn auf diese gelegenheit die lunatic pandora dieses große ding heißt lunatic bla was soll der ganze scheiß was geschieht hier eigentlich ihr möge meine erklärung hören eine freude sei es mir oder odyn der ausgewählte habe die pandora damals untersucht modifiziert habe man das ding nerv und geforscht habe man das ding das will kein arsch hören ihr möge es hören oder was genau passiert jetzt geduldet ihr möge es hören oder der fein steht schon vor der tür wir dürfen keine zeit verlieren erzähl was wir machen sollen fasst dich aber kurz kurz ihr möge nur eine kurze erklärung schade oder eine schwierige sache sei die pandora ihr möge die pandora von innen aufhalten diese karte zeigt den weg oder was für eine karte loi das ist die karte von esther die lunatic pandora befindet sich an diesem punkt ich habe die folgende route errechnet die wird auf jeden fall die stadt passieren ich vergrößere die karte die innenstadt besteht aus der äußeren der inneren straße die lunatic pandora wird das labor und das einkaufszentrum passieren ja ja hier nach unserem berechnen benötigt dieser für ca 20 minuten jetzt werden die kontaktpunkte der lunatic pandora berechnet der erste punkt ist in der stadtmitte sie erreicht es nach 5 bis 8 minuten also wird die restzeit ca 15 bis 12 minuten benötigen der nächste punkt konnte zwar nicht genau geortet werden aber wir schätzen er ist dort wo die überbrückungen sich kreuzen dieser punkt wird nach 10 bis 15 minuten das heißt wenn die restzeit 10 bis 5 minuten beträgt erreicht im norden des geschäftszentrums ist das letzte punkt sie erreicht diesen punkt noch 17 minuten wenn die restzeit 3 minuten beträgt toll das sind die drei punkte die sie passieren wird diese karte werdet ihr folgen mit s mögt ihr euch sie ansehen und die route bestimmen problematisch werde es ok abgeht die post abbrechen wollt ihr das gespräch wo wird es problematisch freundchen hey problematisch problematisch das problem sei nicht galbadia sondern was denn ach arschgeige meinte du bist ein vollidiot ich habe keine musik mehr gerade nur die normalen geräusche ich habe ich befürchte was wenn ich ehrlich bin ach du scheiße ich habe das gefühl das wird nicht so geil da kommt es mit s wo ist sie jetzt da nein falsche richtung du spaßt stadtmitte 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 defekt ach du blöder ficker wie komme ich denn zur stadtmitte Richtung Mittelpunkt Richtung Mittelpunkt ja ich weiß dass ich Richtung Mittelpunkt fliege du kackbratze und wie komme ich da hin Alter genau aus dem Weg du spaßt das ist der falsche Punkt so sieht der aus okay weh wie Monster jetzt hier wirst du mich verarschen galbadia boah hasse ich diese Schweine hab von dem Mist keine Zeit Alter Schwede ich bin im Stress ey lass mich ja ist gut jetzt ich guck mir die scheiße jetzt nicht an wir noch keine GS machen weil das wird mir immer alles abgezogen von der Zeit leider wir gehen mal hier rüber ich habe keine ahnung wo wir lang müssen leider dann müsste es der zweite Kontaktpunkt scheiße müsst ihr was wir ganz kurz machen wir nutzen eine Ability wer hat so scheiße ich hab die AP sich verändert wir brauchen das hier gegen nur 0 gerade äh 50 das kann nicht sein ne ich flüchte da jetzt die Zeit habe ich nicht die Zeit habe ich jetzt echt nicht ich mit dem Spasten herum zu schlagen wo muss ich denn hin Alter das Ding ist auch witzig scheiße ich weiß nicht wo ich hin muss herumirren in Esther ganz toll darüber egal wohin ach scheiße seine 5000 mehr egal Air Station was soll ich denn an der Air Station bin ich ja ganz falsch Scheiße das ist der Wahnsinn das ist der Wahnsinn hier war ich doch schon boah geht weg ihr blöden Fickviecher ja gut den einen mache ich jetzt schnell dort flüchten wahrscheinlich länger als alles andere plonk ja hör auf zu feiern scheiß auf die erfahrungspunkte scheiß auf die erfahrungspunkte scheiß auf die AP ja schön tommery geben wir nicht auf die Eier wir gehen das da runter vielleicht ist das ja richtig was weiß ich Mist wo muss ich denn hin Mann ich hasse dieses Spiel ja das ist der zweite Kontaktpunkt hier ganz toll den brauche ich aber nicht ich würde am ersten aufsteigen Himmelaschen zwöln muss ich gleich da hoch ne muss ich nicht der erste Kontaktpunkt ist erreicht toll toll das ist nicht wahr ich hasse es so sehr gerade ich bin so stinkig gerade ach fick dich doch ins Knie du blöder Bastard boah wie mich das Spiel gerade aufregt ne klasse der blöde Bastard Fickgesichtiger Dreckskack Kopf da zuerst rankommt ich bin im Stress Junge alter Schwede ja scheiß drauf lass mich in Ruhe AP sind mir auch egal AP sind mir egal muss mir auch gar keine Viertelscheißes gerade geben wo muss ich lang ich hab keine Ahnung wo ich lang muss nein ich will nicht einkaufen sag mal sag mal sag mal haben sie dich? muss ich da runter? ne muss ich nicht Mist das ist ja Quatsch boah alter ich mach das Spiel gleich aus was hat die Fresse du blöder Spastengefickter Bumms Kopf ey ich will keine Siegesserie danke lass mich in Ruhe GF sind mir auch egal mir alles egal ich will das nur hinkommen Mann ich hab mich verlaufen Mann ich hab mich verlaufen ich komm mich hier nicht durch oder wat? Wo ist denn hier City Center? das ist doch nicht wahr ich hab keinen Bock mehr gleich ja komm bummst eure eigene Mutter dann kannst du mir ist ja scheißegal gerade das ist der Wahnsinn wie scheiß dieses Spiel gerade ist wo muss ich hin? ja deine Mutter fickt Kinder kannst dich am Arsch lecken ich kämpf nicht mit dir ich hab Gegner 50 an ich krieg jeden 10 Minuten jede 10 Meter an Gegner das ist doch nicht wahr wir gehen das da oben rein irgendwo muss man doch hier hinkommen zweiter Kontaktpunkt klar sonst noch was und wo war der? Mist wo war der zweite Kontaktpunkt? wo bin ich denn jetzt gelandet? da oben toll ich katz gleich wie kam ich jetzt da hoch dein ernstes jetzt bin ich am Mittelpunkt na komm scheiß spielen mhm das könnte auch ein bisschen schneller gehen oder? ach ne ich starte es gleich neu ich starte es gleich neu nichts kriegen ich will einfach nur diese scheiß Quest hier schaffen wo muss ich denn jetzt nochmal hin? ich weiß es nicht mehr ja also hier warten wir jetzt ich hoffe das funktioniert ich bin noch da ich bin noch da ich bin noch da ich bin noch da schön wie buggy das ist ne? ich war doch da wo das Bild ist ja klar natürlich was sonst das regt mich jetzt gerade nur auf tut mir leid für dich total scheiße ach jetzt darf ich da drauf klar was auch sonst macht die bastarde bitte fertig wenn ich das nicht schaffe ganz ehrlich dann habe ich keinen bock auf das spiel das ist nicht wahr mach den fertig ja lass gut sein und halt die fresse junge ich hab noch ich hab sieben minuten noch für diese scheiße jetzt ich wollte mich extra nicht hetzen ich habe keine zeitdruck mir entscheidend sorry ich hab mich einfach nur aufgeregt dass es so ein buggy war war natürlich zu blöd meinen weg zu finden dann stehe ich oben dann gilt es nicht ich muss da einmal außen rumlaufen für den mist was soll denn die scheiße das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor ich gebe aber den aufzug da rein scheiß drauf keine ahnung wo ich hin muss wo bin ich denn jetzt gelandet egal was ist das denn jetzt was bist du denn klar sonst noch wünsche was war das denn jetzt was war das denn jetzt was war das denn jetzt ab Wurden jetzt rausgeworfen Ich check gar nichts Die Musik ist super Eine Kapsel näher sich, wollen wir sie einfangen Was ist das sonst? Sollen wir sie einfach so treiben lassen? Sie haben recht Hoffentlich kriegen wir nicht Ärger oder sowas Sollen wir Wachen postieren? Mein Instinkt sagt mir, dass es nicht nötig ist Gut, dann sollten wir sie postieren Klappsel Einzugdienst, Klappsel Einfangen, Wachdienst und Bereitschaft Erst Sollas, was glaubt ihr wer ich bin? Seh mal nach Adele, mach kein Unfug verstanden Nach Adele? Eiße, Eiße Oh wie geil das aussieht Na was für geiles Auffangsystem Das ist ja cool gemacht Okay, what the fuck Wie geil das aussieht einfach Das ist ja nun Weltraum, ja? Läuft Alter Okay, was ist jetzt? Oh, ich hätte gerne mal wieder ein Savepoint, Leute Okay, Entfrostung starten Aufgepasst, es wird ein wenig Kitzle So, das war's An den Gravitationsring anklinken Gravitation setzt ein Warum ist das Bild hier schief? Ah, die Steuerung Score, hier ein Brief vom Esther-Botschafter Oh, ein junges Mädchen von 17 oder 18 Ist sie tot? Finger weg von Rien Oh Ich verstehe Wir bringen sie erst einmal auf die Krankenstation Erzählt mir dort alles Der Piet von PietSmith Komm mit Alter, Schwede Ich will ein Savepoint, Leute Ich brauche ein Savepoint Ich kann nicht mehr Savepoint Alter Schwede Und damit machen wir auf Pause Ich bin durch Vielen Dank fürs Zuschauen bei Final Fantasy 8 Wir sehen uns in der nächsten Folge Oder Aufnahme wieder Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich brauche jetzt erst mal Baldrion Bis dann Und tschüss Bis dann Wir sehen uns in der nächsten Folge Dschüss Dschüss